Super Street Fighter 4 Arcade Edition Ja, ihr habt richtig verstanden, wir lassen hier Computer Gegner gegeneinander ankämpfen, um zu erfahren, wer die absolute Nummer 1 ist. Für alle Nicht-Street Fighter unter euch, werde ich gleich mal im Schnelldurchlauf alle Charaktere zeigen und ja, dann könnt ihr euch einen auswählen. Welchen ihr im Endeffekt haben möchtet, schreibt mir das doch einfach als kleinen Kommentar unter das Video. Und hier gilt wie beim Leben des Brian, jeder nur einen Charakter, bis alle Charaktere komplett verteilt wurden. Also, wer zuerst kommt, malt zuerst. Ich werde die Videobeschreibung regelmäßig editieren, damit jeder auf den ersten Blick erkennt, welcher Charakter noch frei ist und welcher nicht mehr zur Verfügung steht. Zu den Regeln, wir spielen auf super schwer 3 Runden mit einem Zeitlimit von 99 Sekunden. Bei der Ultra-Kombo wird immer die erste des Charakters verwendet und es wird kein Handicap eingestellt. Weiterhin spielen wir immer auf einer zufälligen Stage und wie gesagt, jeder Charakter wird nur einmal vergeben. Hier einmal alle Charaktere im Schnelldurchlauf. Ryu, Ryu, Ken, E-Honda, Ibuki, Makoto, Dudley, Seth, Gouken, Akuma, Jen, Dan, Sakura, Oni, Yang, Hakan, Guy, Cody, DJ, Kami, Zagat, M-Bison, Zagat, M-Bison, C-Viper, Abel, Dalsim, Chun-Li, Yuri, Yun, Evil-Ryu, Guile, Blanka, Zangief, Rufus, El Fuerte, Vega, Balrog, Faolong, Faolong, T-Hawk, Adon und Rose. Wie gesagt, schreibt mir einfach in die Kommentare, welchen Charakter ihr haben möchtet. Selbstverständlich werde ich alle Kämpfer aufzeichnen und auf meinem Kanal hochladen. Das versteht sich ja von selbst. Bewerbungsschluss ist, wenn entweder alle Charaktere verteilt wurden oder nächste Woche Sonntag. Das ist der 16. Dezember 2012. Ich freue mich auf euch und bis dann!